So, ich habe jetzt verteilt über die ersten Stunden des Tages immer mal so eine Kakaobohne gegessen. Ich habe hier einen neuen Anbieter, probiert, das Seven Hills, bei Amazon habe ich die diesmal bestellt. Sehen irgendwie nicht so dunkel aus, schmecken auch ein bisschen milder, was nicht unangenehm ist, aber naja, mal schauen. Auf jeden Fall habe ich die jetzt so 10, 11 Stück im Laufe der ersten Stunden des Tages jetzt verzehrt. So, ich habe jetzt ungefähr, das sind so 0,75 Liter glaube ich, 0,75 Liter Möhren, Pastinaken und Petersiliensaft sozusagen. Habe ich mir jetzt so gemacht und jetzt ausgetrunken. Das ist dann sozusagen meine erste richtige Mahlzeit. So, und jetzt gegen Abend gibt es einen Krautsalat mit Kichererbsenkeimlingen. Das ist ganz normaler Krautsalat, fein geraspelt und ja, und das sind jetzt sozusagen noch die gekeimten Kichererbsen drin. Das war's. Und für den kleinen Hunger am Abend gibt es jetzt noch eine Drachenfrucht und 5 Orangen. So, es ist mal wieder einer dieser Tage, wo ich nicht schlafen kann. Es ist jetzt 3 Uhr nachts und ich habe, ja, Frühstück, Abendbrot, ich weiß nicht. Und ich bin einfach, habe um 12 Uhr wollte ich schlafen, aber ging nicht und da habe ich mir 1, 2 Stunden gequält, aber die Nacht werde ich wahrscheinlich einfach durchmachen. Und ja, entsprechend habe ich auch jetzt wieder ein bisschen Hunger, wie soll es wäre früh. Komisch irgendwie, aber naja, drauf geschissen. Auf jeden Fall gibt es jetzt hier einen Nackthafer und gedörrte Champignons. Und das wird erst mal das Letzte sein, was ich gedörrt habe, weil mein Dör Automat ist heute kaputt gegangen. Muss ich mal sehen, ich glaube gerade die habe ich nicht mal drauf, muss ich mir wahrscheinlich einen neuen kaufen. Und ja, und ein paar Tauwaden. Und das war's jetzt. So, jetzt gibt es solche Dinger. Die sind, also, die sind aus Möhrentrester, aus Petersilienwurzeltrester, aus Pastinagentrester, das ist das, wo ich den Saft gemacht habe. Aus den ganzen Trester, dazu habe ich rohen Kakao gegeben und Vanille und, das war's glaube ich, rohen Kakao und rohe Vanille und Dattelpaste natürlich. Und Dattelpaste, genau das war's. Das heißt, ja, diesen Endeffekt, bis auf das Kakao, auf den rohen Kakao, wo jetzt nicht so viel drin ist, ziemlich fettfrei und ja, mit voller Kohlenhydrate und sind trotzdem süß. Also, perfekt. Und die werde ich jetzt essen. Ja, so kann eine Rohkostelle auch aussehen. Und zwar sind das die letzte, die letzte Arbeit meines Dörr-Apparates. Und zwar sind das gedörte Champignons in Marinade. Also, das sind halt getrocknete Champignons. Die Marinade ist aus Paprika, Knoblauch, Öl und noch ein paar anderen Sachen. Weiß ich jetzt nicht. Ähnlich angelehnt an das Gyros-Rezept, was ich mal gemacht habe. Und dazu gibt es halt eingeweichten Wildreis. Und ja, also, da kann man sagen, was man will. Wenn man die Pilze sogar direkt frisch aus dem Dörr nimmt bei 40 Grad, hat man ja eine warme, rustikale Mahlzeit. Und so viel zum Thema Rohkost. So, zum Morgen gibt es einen Saft. Und zwar ist das Möhre und Pastinake. Das ist ein Kilo Möhren und ungefähr, weiß ich nicht, vier Pastinaken. Und dann war das noch nicht voll. Und das habe ich dann mit Wasser wieder aufgefüllt. So, jetzt gibt es Orangen. Und heute Mittag, das habe ich vergessen aufzunehmen, gab es Mungbohnen-Sprossen mit Nackthafer in einer Marinade von gepüriertem Knoblauch und Zwiebeln mit Kräuter der Provence. Eine Honig-Melone. So, jetzt schnappuliere ich einfach mal vier Tomaten. Der Tag beginnt mit einem Smoothie und einer neuen Idee. Und zwar habe ich Mungbohnen-Sprossen, relativ viele mit reingetan. Das heißt, hier ist drin Reis-Protein, Mungbohnen-Sprossen, Weizengras aus dem Garten. Dann sind drin frische Kurkuma, gefrorene Grünkohl, gefrorene Himbeeren, gefrorene Gartenfrüchte-Mischung. Und dann frischer Apfel, frische Banane, frische Orange und eine Petersilienwurzel. Dazu noch Hanfsamen und irgendetwas, was ich... Ach, Nebepulver habe ich ja wieder reingemacht. Nebepulver. Genau. So, die schwarzen Bohnen sind jetzt gesprossen. Bei denen ist das so, dass quasi, wenn man so schaut, die schwarze Schale geht ab. Und dann entsteht so ein Kahn mit so einem Ding dran. So ein Spross. Und die kann man dann essen. Und ich meine, echt lecker. Und man muss halt echt so lange warten, bis das schwarze Ding hier weg ist. Und dann habt ihr quasi den Keim und die Nuss dran. Das ist echt gut. Und ich muss sagen, mit Top 3. Mit dem Mungenbohnen und mit dem Kichererbsen. Die dauern aber natürlich, wie gesagt, 10 Tage ungefähr, bis die soweit sind. Und jetzt gibt es einen Früchteteller mit Bananen, Kiwi, Kaki und Orangen. So, jetzt gibt es eine Gurkenspagetti mit gekeimten Kichererbsen und einer selbstgemachten Soße aus Champignons, Knoblauch und Paranüssen und italienischen Kräutern und Salz und Pfeffer. So, der Morgen beginnt mit einem Smoothie. Und zwar geht es los unten mit Reisprotein, dann sind ungestellte Hanfsamen, dann eigenes Weizengras getrocknet aus dem Garten, Himbeeren, Braunhörse, dann Grünkohl, dann eine Gartenfrüchte-Mischung, die gefroren ist. Dann viele Mungbohnensprossen, dann Banane, Apfel, dann eine Kakaobohle und eine rote Beter und das dürfte so ungefähr gewesen sein. Und Granatapfelkern natürlich, ist ja direkt vorm Objektiv, was ich das nicht sehen konnte. Das gibt es jetzt, meinen Smoothie. So, jetzt gibt es Tomaten- und Gurkensalat. Einfach nur Tomaten, Gurken, Olivenöl und Balsamco. Und jetzt gibt es einen Teller Orangen. Das sind ungefähr 5 oder 6 kleine. So, jetzt gibt es einen Haufen Bohnensprossen. Da sehen wir wie viele ich habe, aber das sind schwarze Bohnen, die haben lange gebraucht, aber die werde ich jetzt essen. Zwo Bananen. So, jetzt gibt es Rohkost-Beef-Jerky. Das allerdings kann es noch nicht, also das schmeckt noch nicht so pralle, die Konsistenz passt schon. Aber ich kann es noch nicht annoncieren, dass ich da irgendwie ein geiles Rezept irgendwann veröffentlicht werde. Das muss noch besser werden. Also es muss, ja, also Beef-Jerky ist in Arbeit, in Rohkost-Qualität. Und allerdings diesmal nicht Tofu-Jerky, sondern richtig Rohkost-Jerky. Dann bin ich aber noch ein bisschen am probieren. Auf jeden Fall gibt es da jetzt nochmal die halbe Dose. So, jetzt gibt es direkt aus der Packung quasi Feldsalat. Einfach so zum Schnurpsen. Das ist eigentlich so eine Packung, so, weiß nicht, 250 Gramm oder so.